Hi YouTube, was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Wir haben on-stream ein bisschen Battle Street und jetzt viel Spaß mit dem Video, da ist kein Abo und Like da und jetzt let's go. Dann machen wir einen, gibt es hier Dreier-Teams? Wir brauchen einen Vierer-Teams. Das wird doch niemals... Gibt es keinen Dreier? Kopfkino, scheiße. Wir sind ja vier. Wer ist Lukas Daniel? Kennt man den? Ich bin zufällig im Stream. Ja, war eine gute Entscheidung. Ich schaue es mir erst mal an. Ey Jungs, drei Regeln, die man wissen muss. Erstmal das Bett rechts klicken, damit wir immer respawnen. I doubt it. Achtung, man kann jetzt auch dasselbe das Bett abbauen, also... What is he doing? He's beginning to believe. Come on. Ja, ja, come on. Come on, doch, for you. Digga, mach. Digga, kann man nicht, was laverst du? Ich dachte, ich hab voll gehofft auf Mango. Ist einfach lustig. Der Gag ist auch da angekommen, sehr schön. Ja, aber da kann man übel hart reinscholen. Ich hätt, ich hätt getrolled, ich hätt unser Bett abgebaut. Ich hätt's auch nächste Runde noch mal gemacht. Digga, ich hab so'n Texture-Back drin und wenn man stirbt, kommt so'n Sound. Ich dachte gerade, what the fuck, was ist das? Ey, 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 was bist du? Was bist du? Zieh mal deine Kleidung. Also, bist du ein Schneemann? Ist das für eine Schneemann? Ja, da, ich zeig's dir gleich. Scheiße, unser Bett. Alarm, Alarm. Oh, das ging jetzt schnell. Ey, Leute, gewinnen noch, glaub ich. Ne, ne, fahr drauf, fahr drauf. Wir gewinnen das wirklich. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Also, ich sag eigentlich, wenn wir das jetzt nicht mehr gewinnen, ist ja echt ein bisschen cringe. Ja. Sheesh. Habt ihr eigentlich FUV-Effekts an, ne? Was, was? FUV-Effekts? Was ist das? Come on, man. Ach so, es ist das, wenn man dann dieses Ding, dass du so rumdingsst. Ja, genau, genau. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, nur ich das andere. Ah, ne, ich hab auch gefeiert, ich will jetzt nicht sterben, ne? Ah, ich will den schon mal, alles gut. Macht ja keinen Strat. Nein, nicht sterben! Ach so, unser Bett ist weg. Ist nicht so ideal. Ja. Oh mein Gott. Ich gebe mir das ja voll krass. Nein. Der Gummi-Player. Was ist der Gummi-Player? Du wurdest vom Gummi-Player besiegt. Nein. Denk hat der Gummi-Player. Wer hat frisch ge... Warum hat der frisch geschrieben, ne? Tschüss, Nibot. Ciao, ciao. Gummi-Player. Was ist das für ein... Ich stelle dir vor, du heißt einfach Gummi-Player. Ich bin mein Gummi-Bär. Du tütest... Kämpf gegen uns, ey. Du sagst, dass du dein Klassenkameraden... Ja, sollen wir mal zusammen zocken? Ja, ich heiße Gummi-Player, Minecraft. Jetzt tut mir irgendwie ein bisschen leid. I doubt it. Es hat aber niemand mehr im Bett. Es ist okay. Hat jemand... Wunderbar, komm bitte. Wunderbar, komm zu dir. Du musst mir helfen. Er ist bei mir irgendwo. I have a great time. Bin tot. Er hat mich mit der Hand besiegt. Ich mag ihn. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ich... Ey, ey. So, das ist Team Blau. Was, 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 was? Was ist Team Blau? Nein. Hannes ist nicht Team Blau. Alle schnell. Team Rot, okay. Nein. Lukas, der Arme. Ja, Lukas, Mann. Alle gegen mich? Ja, interessant. Das bekommt ihr zurück. Okay, okay, okay. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, jetzt hab ich Angst. Scheiße. Man schreibt, Gummi kommt ein Team. Wie, die Dings gerade geschrieben hat? Wie, ehrlich? Ich glaube, Gummi-Player und Lukas gehen auf uns. Weil die sind ja zusammen in einem Team. Nein. Auf keinen Fall. Ich dachte, oben ist der Spawner, aber ich muss verlieren. Ja, dachte ich auch. Ich dachte, ich auch am Anfang. Da hab ich gemerkt, dass ich einfach scheiße sind. Move! So, Alter. Boah, kranker Daumen. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, hä? Ich bin gerade voll rumgesprungen. Ist das dämlich, Digga. Ich hab so eine, ich sag mal, eine No-Name-Tastatur. Und ich hab halt irgendwelche Pasten gedrückt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man die zurückmacht. Jeder Typ schmeißt ja immer die Fernbedienung weg. Die Fernbedienung? Ja. Ja, ey. Die Anleitung. Anleitung. Das kenn ich schon, wenn man die Fernbedienung wegschmeißt. Ja, ich auch, wenn die Serie gerade mal nicht läuft. Lukas, der Rapper. Der Rapper. Das ist mir auch in den Kopf gekommen. Mama. Ey, lass auf Blau gehen. Scheiße, ich hab runtergefallen. Ich hab sie gesehen. Jungs, ich hab 6 Gold. Let's go. Ja, Mann. Ah, wir dürfen jetzt eigentlich nicht verkacken. Das ist das größte Team, ne? Ja. Fiel ich nicht leichter geworden als davor. Mein Gott, ich bin so scheiße in Pipi. Ja, ich hab... Ich bin der losteste Spieler aller Zeiten. Egal, Blau hat kein Bett mehr. Ja, mein Lebenssinn, das erfüllt ihr jetzt oder so hier nicht. Nice. Oder so, ey. Oh mein Gott. Alter, wie weit fliege ich? Was hat einfach so schwer? Das hat ein Rockback oder so? Alter, Alter. Gelb kann, glaube ich, nur der eine was. Da ist der eine, das der M fliegt. Der andere ist halt irgendwie einfach runtergefallen. Ja, die sind echt zu gut. Aber die haben einen Knockback, muss aufpassen. Die knocken uns weg. Knocker dir einen. Oh. Ja, der Arme. Ja, ich stack mich. Ich hole die. Ey, Blau kommt zu uns. Kann es sein? Blau, Blau, Bahl. Ey, komm von mir. Hello there. Mann. Oh mein Gott. Der, die Gummiplayer hatte ich gerade ein bisschen. Und Blau kommt mit Eisen. Ja, da oben. Ja, Lukas kommt gerade. Halbwehr Fire Charge. Wenn ja, dann machen. A few moments later. Weil ich könnte, glaube ich, eine Falle kaufen. Ja, ich kaufe Blitzfalle. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Blau, weil sonst gleich kracht's. Ey, Blau. Ey, Blau. Die haben so eine komische Bombe. Oh nein, GG ist unser Bett. I guess. Emotional damage. Mann, ihr nehmt uns Hops. Warte, warte. Ich kauf Blitze. Weg los. Alter. Nur dank mir. Lass jetzt einfach auf safe spielen, okay? Weil sonst verkacken wir das wieder. Ja, wahrscheinlich. Zu viert gegen Gummiplayer. Oh man, das wäre gar nicht gut. Ey, Leute, kauft euch einmal eine Rettungsplattform in Scale. Ich habe kein Gold. Ich glaube, ich habe ein Gold in T-Chess. Wer zwei Gold. Achtung, Achtung, er kommt. Er kommt. Er will das machen. Das ist bodenlos. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Oh mein Gott. Jungs, ich bin nicht tot. Alles gut. Ich bin tot, glaube ich. Nee, doch nicht. Lieb noch. Ist das krass. Christ, das war ein Fehler. Nein, ich bin ein unglücklicher Mensch. Nee, nee, nee. Geh nicht runter. Geh nicht runter. Die Plattform verschwindet. Wir können ihn dann noch... Ey, er hat Homes teleport. Dings. Boah. Boah. Alter. Boah, stark. Boah. Er war schon... Ja. Cool. Ja, GG.